Hallo, wir spielen heute wieder The Crew. Ja, das letzte Mal haben wir uns hier diese Auto aufgepäppelt. Ja, und das letzte Rennen haben wir halt eben ziemlich versagt, muss ich mal sagen. Ja, wir brauchen halt eben eine höhere Stufe. Und das sollten wir halt eben jetzt mal machen, indem wir hier mal gucken, wo wir das halt eben aufpäppeln können. Wir müssen halt eben ein paar Rennen fahren oder sowas nochmal wiederholen. Und wir brauchen vor allen Dingen, weil hier zum Beispiel bei diesem Rennen, brauchen wir wieder eine neue Stufe und zwar... Achso, kann man auch schon spielen. Okay. Könnten wir das vielleicht später mal testen. Gut. Na ja, okay, sollten wir vielleicht mal gucken, hier zum Beispiel, ob man das vielleicht nicht nochmal spielen könnte oder da. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal das hier, oder? Achso, wo haben wir es? Nee, das hatten wir letztens mal gemacht. Genau das hier, oder? Einführung. Und dann meine ich auch schon. Machen wir mal Einführung, das nochmal. Spielen. Machen wir mal Einzel. Okay. Schwierigkeit leicht. Okay, machen wir gleich Zauspulen. Werde erster, oder die ganze Operation ist gelaufen. So, da kommt schon der Zug. So. So. Ja, ja, Püppchen. Du schaffst es, bleib erst klar. So. Schön, Nito. Ach ja, stimmt, jetzt sind hier wieder Kops. Ich hoffe mal, dass es das halt eben bringt, weil wir müssen halt eben, es geht ja nur um die Fahrzeugstufe, die erhöht werden muss. Und deswegen müssen halt eben mal gucken. Hm, nein. So. Das Polente kommt. Das ist es, der letzte Checkpoint. Das ist es, der letzte Checkpoint. Das ist knapp. Vielleicht haben wir diesmal Gold. Wäre ganz schön. Mission erfüllt. So. So. Stufe 14. Das ist schon mal sehr gut. Hm, Unkse. Naja, okay. Haben wir ein bisschen Kohle gekriegt. Fortfahren. Naja, okay. Das hatten wir ja schon mal. So. Jetzt würde ich aber gerne mal hier gucken. Bei einem alten Rennen. Genau, hier. Vielleicht müssen wir da einfach noch mal sowas vorhaben. Ja, hier, genau. Würde das vielleicht immer machen. Spielen. Einzel. Vielleicht ob das dann besser geht. Ob wir dann schnell nochmal einen Teil kriegen. Um aufzusteigen. Okay, das war ja das. Zeig, was du kannst. So. Zuck, zuck, zuck. Ich hab mich wohl getäuscht. Ja, auf jeden Fall. Du willst, dass ich recht behalte? Da brennt eine Hütte. Ganz klar. Nein. So. Jetzt sollten wir mal schnell aufholen, weil sonst... ...hat sich das Rennen hier schon mal... ...jetzt schon mal überhaupt nicht gelohnt. So. So. Gas geben. Oh, ein kleiner Blatter-Mini. Den holen wir es auch noch. Ah. Ah, ne, okay, das ist aber eindeutig schon mal der größte Mist aller Zacken. Das ist aber auch immer das, ne? Immer wenn man an so einem Auto hängen bleibt, wird gleich schon das ganze Rennen verkackt. So. Oh, warte. Ja, toll. Na, okay, komm. Das können wir nochmal starten. Weil das war ja mal absolut kronkack. So. Zeig, was du kannst. Okay. Ey. So. So läuft es. Ey. 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 Ja. Hast du nicht gesagt, du bist gut? Nicht schlecht. So. Schön die Tore. Ich schon wieder dergleiche Mist. Genau. So geht doch. So soll das sein. So, Rechtskurve. Ah, nein, 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 nein. So, genau, schnell geht es gegen das, gegen das, gegen das. Oh, sorry, ich habe seinen Kaffee weggefahren. Der arme Mann, als hätte er keinen Kaffee mehr. Oh, das ist es doch. So. Gut. Bitte, es muss was Bisseres sein. Nicht schon wieder Bronze. Bitte, bitte, ja, gut, Silber. 52, ja. Ja, ja, komm. Ja, aber das XP steigt, das wäre schon mal gut. Okay, okay. Egal, wenn du mich lügen strafst. Gut. Ach so. Gut, das hätten wir. Genau, und jetzt wollte ich nämlich noch mal dieses Rennen noch mal testen. Kann man das denn dann eigentlich mal mit einem anderen Wagen fahren? Kann man das machen? Einschränkungen in Folie. Ja. 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 Okay, das ist jetzt 170. Okay, jetzt ist die Schwierigkeit normal. Das ist gut. Äh, dann konnten wir. Dann können wir gewinnen. Wie bitte? Egal. Hey, ich mach Urlaub in meiner Hütte im Norden und es ist todlangweilig. Hättest du nicht Lust auf ein Geländeren? Just for fun. Ich soll dich unterhalten? Du könntest auch etwas Geld und ein paar Frauen für dich rausspringen. Rausspringen war das Zauberwort. So, das hatten wir schon mal. So, let's go. Wir winnen ein paar Scheine. So, genau. Jetzt können wir nämlich den blöden Mini endlich überholen. Können wir? Ja, können. Gut. Ja, weiter so. Der Blatt schon da. Oh, und arm ist klein ist weh. So. Mann, oh mein. So. Schlepfen. Nicht da die Klupe runterfahren. Ey, ich bleib vorne. Das ist nicht eins. So. Sehr gut, ich bleib vorne vorne. Genau. So habe ich mir das vorgestellt. Das Nitro heben wir jetzt erstmal auf. Falls wir es gleich nochmal brauchen. No. So. Genau. Jetzt können wir sie tun. Ich bin gefolgen. Gut, weil dann könnten wir jetzt endlich mal dieses blöde Rennige gewinnen. So, zack. Zack. Das geht halt einfach nur durch A-Stufe, weil dann geht hier die Schwierigkeit runter und dann schafft man das ganz leicht. Yeah. Stufe 15. Geht doch. Ach, cool, ja klar. Machen wir gleich sofort. Ah, Bronze geht doch. Ja, zack. So, nun fortfahren. Okay. Gut, dass ich am Ende doch auf dich gesetzt habe. Du wolltest gegen mich wetten? Na ja, mach's schon. Tag, schau. Es gibt viel zu tun, Baby. Eine Menge Geld zu verdienen. Tu was für die Rette Ehring zu vor dem Tonstiftung. Yeah, wir sind non-profit. Weißt du, voll steuerbefreit, Baby. Ach, okay. Das Harry Problem. Oh mein Gott. Okay. Crazy. Na ja, okay. Wie wäre es, wenn wir da hinfahren? Äh, Stufe. Ich will mal kurz aber was wissen. Schwer. Erfolge die Fahrzeugstufe. Na okay, gut. Das sollten wir vielleicht etwas später machen. Mhm, 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 mhm. Okay, okay. Gut, dann gehen wir mal hier hin. Ich habe nämlich gehört, man soll irgendwie mit der U-Bahn da halt eben rumfahren können. Deswegen will ich mal gucken, wie das dann funktioniert. Betreten. Ich will bis nach da reisen, klammern. Wie kostet das? Okay. Tot, tot. So. So. Komm, wir jetzt endlich an. Guck, wir bieten an. Genau, so. So, und jetzt würde ich mir gerne markieren, das Neu-Rennen, heiße Jagd. So, und da fahren wir jetzt mal ganz schnell hin. So, let's go. So. 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 sammeln bevor du dich an die nächste Mission wachst wieso wo ein Polizist Ach Mist der Kleine ein rüssigloser Fahrer in ihrer Nähe in der Nähe nicht verhaftet, nicht verhaftet, nicht verhaftet wenn du ein Bußgeld bezahlen musst Ach okay, das ist ja natürlich scheiße also wenn man halt ihm dann gefasst wird dann muss man halt ihm schön Geld bezahlen wenn man da irgendwie so Straftat begangen hat das ist so ein Mist der ist ganz Geld weg das ganz so schöne Geld das wollten wir noch schön sparen für ein paar Upgrades naja müssen wir halt ihm so erstmal klarkucken Oh, da hätten wir schon wieder fast ein Reh mitgenommen so 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 sehr gut sehr gut sehr gut so ungeräusch wieder ah wir brauchen wahres dieser Bekannte von mir will sein Zeug schnell loswerden alles klar alles klar das klark ach so Nee, da will ich aber nicht lachen. Oh, warte. Denn diese Hütchen bringen nämlich, wenn man die anguckt, bringen die Erfahrung. Das ist ziemlich gut. So, hallo? Guck mal, bitte angucken. Naja, geht jetzt nicht, weil ich dieses blöde Ding da hab. Naja, okay, gut. So. So, machen wir mal die Karte ein bisschen größer. Oh, da ist ein Kopf. Ach so. Sorry, 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 sorry. Naja, hat er nicht? Ist ja auch gut so. So, so. Dann fahren wir mal weiter. Immer schon weiter. So. Zack. Genau, schon einzeln. Und let's go. Okay, nochmal. Forderliche Fahrzeuge. 80 und wir sind 200. Ja, okay. Oh, toll, danke. Jetzt muss ich schon wieder für den Cops abhauen. Das ist mal gar nicht. Wenn ich verhaften dann immer so schnell. Wie wär's, wenn wir in den Wald vielleicht abhauen? Naja, keine so gute Idee. Oh, Mann. Oh, Mann. Okay. Naja, das ist so gut zum guten Bäume fahren. Das wird so gut mitnehmen. So. Geht doch. So, jetzt schön noch eine lange Straße. Und abhauen. Wir folgen dem Ziel nach Westen. Roger. So, zack. So. Ah, toll. Ganz toll. So, zack. Alles klar. Durch kämpft die nähere Umgebung weiter und achtet auf eure Bildschirme. Da, da, da. Ah, ich habe euch ja. Alles klar, okay. Drei, zwei, eins. Go. So schön. Jemand sieht ihn noch. Bitte, bitte, hier. Stufe 16. Very nice. Bronxe. Gleich ein. Fortfahren. Hm, hm, hm. Mann, oh Mann, ey. So, gehen wir mal gucken, wo gibt's wieder ein Rennen? Oh mein Gott, es gibt überall Rennen. So, zack. Genau. Ich würde gern da hin. Blitzreißer. Zack, und jetzt würde ich mir gerne schnell noch, vielleicht schaffen wir das noch, und zwar dieses Rennen. Was ist denn das? Das Harry-Problem. Wegpunkt setzen. Flä. Und dann fahren wir mal ganz schnell. Und dann fahren wir mal ganz schnell los. Bitte, kann ich jetzt hier hoch? Nee, klar kann ich hier hoch. So. So, endlich mal die schöne Straße wieder. Schön auf Asphalt. So. So. Yee-hah. So. So. Langsam, Kumpel. So weit bist du noch nicht. Sammlererfahrung. Hey Alex, irgendwas stimmt da nicht mit Harry. Sagt, gleich er gräbt dich schon wieder an. Nein. Er sagte, er müsse ein paar Teile aus der Werkstatt holen, aber sein Wagen ist nicht da. Warte mal, du hast ihn verwandt? Die Operation ist zu wichtig, um es dem Zufall zu überlassen. Außerdem schulde der Irr-Dies-Gate. Wer weiß, was er sich eingehandelt hat? Du tickst ja nicht richtig. Wahrscheinlich musste er nur ein, zwei Besorgungen machen. Vielleicht. Vielleicht nicht. Nur so weiß ich es sicher. Also klar, da fahren wir jetzt natürlich hin, aber... So, Harry hat anscheinend ein Problem, unser Techniker. Und eigentlich auch Kumpel. Naja, gucken wir mal, ob wir dem helfen, oder ob der jetzt irgendwie, keine Ahnung... ...dass anderes Krummes am Wachen hat. Naja... ...wäre während dem Ersehen. Ich nehme schöne Bäume mit. Und ganz viele Zäune. Woa, woa, woa. Alles klar, ganz cool. So. Kommt ein bisschen rüber. Und so schön an tausenden Bäumen. Naja. Okay. Gut. Dann machen wir in der nächsten Folge... ...Harry. ...es am Problem. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.